Hallo, ich bin der Phil und der neue Mann lässt sich heute ziemlich alt aussehen. Hallo, ich bin der Havert und ich verliere nie Hülsen. Wir beide spielen um einen ordentlichen Nackenklatscher. Runde 1. Wer bin ich? Ich spiele bei mir. Hendrik Wälder. Das ist falsch. Ein Punkt. Weiter geht's. Meine Lieblingsserie ist Clickbank View. Mein Vorbild ist Neymar. Ich habe eine Katze. Interessante Komponation hier gerade. Kommt noch was? Ja, kommt dann noch was. Ich bin der kleinste Spieler im Spiel. Nullo. Richtig. Okay. Ich bin Klavier. Ja, ich darf ein sein. Und auf geht's mit Runde 2. Wer bin ich? Mein Lieblingsfach in der Schule ist Englisch. Ich kann gut passt haben. Probier mal. Nicolo. Ist richtig. Ja. Wie hast du sein Laden? Ja, ich dachte es wäre schon ein junger Spieler, weil es um das Thema Schule ging. Ja, und Nicolo ist ja Italiener oder zumindest Vorfahren, Verwandte, Familie dort. Ja. Deswegen hast du das aufgepasst. Ja. Sehr gut. Es steht 2 zu 1. Da geht's mit Runde 3. So. Wer bin ich? In meinem Kühlschrank ist immer Kälte. Ich schaue gern die Formel 1. Mein Lieblingskünstler ist Drake. Mein Vorbild ist Robert Lewandowski. Nein, ich warte noch. Ich warte noch auf die nächste Frage. Ich habe letzte Saison im Pokal 4 Tore gemacht. Maxi Bayer. Das ist richtig. Das ist ein wichtige Punkt gerade. Ah! Okay. 2 zu 2. Maxi Bayer. Und wir machen weiter mit Runde 4. Wer bin ich? Als meine größte Stärke bezeichne ich das 1 gegen 1. Offensiv oder bediffensiv? 1 gegen 1. Als Kind wollte ich Schiffskapitän werden. Deal. hands Macron. 2. Mein größter Zeitdieb ist meine ... Kannst Mannschaften sein, oder? Ich studiere neben dem Fußball. Auf dem Platz trage ich immer Handschuhe. Ich hab... Toni Staden. Das ist richtig. Nee, 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 nee. Hat nicht funktioniert. Wie bist du drauf gekommen? Du hast gehört, dass er studiert. Er hat irgendwas gesagt, dass er studiert. Und mit Handschuhe ist er auch... So. Mit Gefühl und nicht mitgebeißt. Maniflation. Da steht 3-2 für Raoui. Letzte, ne? Zu, aber schnell. Nee, nee, nee. Dann Runde 5. Wer bin ich? Ich spiele gerne... das was war. Meine Lieblings-Vorlauf-Punktele... sind... Ibiza und... ... Mykonos. Mach Hand weg. Ich möchte einmal LeBron James treffen. Ja, mit dem. Was? Nein. Nein! Ich weiß, wie weiter das ist. Ja, das versuche ich. Nee. Okay. Ich bin halt zwei Punkte vorne, da muss natürlich... Ich war deutscher Pizze. Das ist eigentlich jetzt nichts mehr, ne? Ich steh auf den Schlauch. Ich habe gerade meine Rückennummer gewechselt. Ich glaube, ich weiß es aber. Kleiner Bonus-Invice. Jetzt trage ich die 36. Ich weiß nicht. Weißt du mal. Das ist so schlecht. Die Nummer macht ja gar nicht. Das ist so schlecht. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Ich mache jetzt keine Risiken. Ich muss es falsch machen. Ich weiß eh nicht. Ich denke, das ist so schlecht. Sehr genau. Mach mal einen Versuch. Dann schließen wir die Runde. in fünf, vier, drei, zwei, eins. Und Howie hat gewonnen. Dankeschön. Ja, wie schon gesagt, hat Spaß gemacht. Leider verloren gegen Howie. Zu schlau. Ja, vielleicht auch ein, zwei dumme Fehler von mir. Aber gut, den Dank natürlich habe ich mir verdient. Für mich auch, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und ich freue mich auch.